Ja, ein halbes Jahr Krieg in der Ukraine und wir wollen uns heute ansehen, wie rücksichtslos und wie brutal Putin vorgeht, um im Osten des Landes weiter Boden gut zu machen. Erstmal gucken wir uns das Ganze an, das ist die Ukraine, hier rechts haben wir den Donbass und nahezu die gesamten Aktivitäten der russischen Armee konzentrieren sich derzeit auf dieses Gebiet hier, nämlich auf die Region Donetsk, wo man nach der Eroberung von Luhansk jetzt versucht vorzurücken, sowohl nördlich der seit 2014 besetzten Großstadt, Millionenstadt Donetsk, als auch in Richtung Kramatorsk und Slovigansk. Dort hat die russische Armee in den letzten Tagen weitere drei kleine Dörfer unter ihre Kontrolle gebracht und wie sie das macht, das können wir uns hier mal ansehen. Das sind wirklich unfassbare Aufnahmen. Das hier ist die Stadt Piski, die Stadt Piski, eine Frontstadt, die seit 2014 gehalten wird von der ukrainischen Armee und wir sehen hier Aerosolwaffen, also thermobarische Explosionen, die auf große Wohnhäuser entladen werden. Diese Stadt hatte jemals 5600 Einwohner, davon ist fast niemand mehr da, aber die ukrainische Armee hält das eben. Und wir sehen, was die Russen versuchen. Das sind wie gesagt thermobarische Explosionen, die also den Sauerstoff in der Luft nutzen, um die Explosionen noch größer zu machen, um einen Unterdruck zu erzeugen, um eben diese Häuser, und wir sehen das auch immer wieder, zum Einsturz zu bringen. Das sind 5-, 6-gestöckige Wohnhäuser, wo eben die Soldaten versuchen, ja, die Front zu halten. Und Russland kommt einfach nicht anders voran. Deshalb setzt man diese Waffen ein, das schlimmste, das tatsächlich schlimmste nicht-atomare oder nicht-chemische Potenzial, was eben Russland hat. Und damit die Ukrainer eben nicht zurückschießen können, damit die nicht sagen können, okay, super, wir haben euch jetzt geortet, wir können jetzt auf euch zurückschießen, Und deshalb nutzen die Russen die eroberten Gebiete immer wieder als menschliche Schutzschirte, die Menschen, die dort sind. Und wir sehen das hier einmal, ein BM-21-Raketenwerfer der russischen Armee, der hier 41 Raketen am Stück abschießt. Und direkt davor, ja, wir sehen es hier, ein Café, Kofenia, das ist ein Café, von wo aus der hier schießt, in der Stadt Popasna. Und wir sehen, wie eine Rakete nach der anderen dort abgeschossen wird, geht also in den Himmel, der versteckt sich direkt neben diesem Café. Wenn die Ukrainer dorthin zurückschießen und da sind Zivilisten übrig, dann haben die ein großes Problem. Auf der anderen Seite, auch hier sehr, sehr gut zu sehen, der BM-21-Werfer, ein weiterer, und hier eine Filiale des Supermarkts ATB in Popasna. Also auch hier direkt zivile Infrastruktur daneben. Und wir haben letzte Woche gehört von der Menschenrechtsorganisation Amnesty, dass die die Ukrainer beschuldigen, dass sie sich in der Nähe von zivilen Objekten verteidigen gegen die Russen. Das ist hier die Realität. Die Russen greifen an, greifen das Land an, nicht nur das Land an, sondern auch die Städte an von zivilen Infrastrukturen. Was versuchen die Ukrainer dagegen? Ja, sie versuchen, was sie können. Und sie versuchen, sobald sich die Russen aus diesen bewohnten Gegenden eben so ein bisschen bewegen und sich rausbewegen, versuchen sie, die Panzer einzeln anzugreifen, um eben nicht diese große Zerstörung in ihren eigenen Städten, in ihrer eigenen Infrastruktur zu erzeugen. Hier sehen wir, ich zeige es einmal ganz kurz, hier hinten einen russischen Panzer, der sich an der Grenze zwischen der Region Donetsk und Kharkiv bewegt, und hier eine ukrainische Javelin-Rakete, die auf ihn geschossen wird. Wir lassen das Ganze mal laufen und wir sehen, dass dieser Panzer dort eben diesen Rauch erzeugt, weil er sich eben da im Sommer lang bewegt und wie er jetzt auch im Motorteil gleich getroffen wird von der ukrainischen Rakete. Diese Javelin-Rakete kam aus den USA, ist sehr zielgerichtet und hat eben diesen Panzer dort getroffen. Und interessanterweise versucht der Panzer dann aber noch ein bisschen weiter zu fahren. Das heißt, der Fahrer versucht irgendwie noch da wegzukommen, aus dem ukrainischen Feuer zu kommen. Die Drohne filmt das Ganze und ist nicht ganz klar, warum der das macht. Der versucht also weiter zu fahren, vielleicht um das Feuer zu löschen oder ähnliches, das klappt aber nicht. Und wir sehen gleich immerhin, wie der russische Soldat hier Glück hat und sich aus diesem Panzer verabschiedet, beziehungsweise dann herausklettert und den brennenden Panzer zurücklässt. Das also hier Szenen von ukrainischen Gegenangriffen auf russische Einheiten, die eben nicht auf die breite Zerstörung, sondern genau auf das, auf das Militärmaterial der Russen zielt. Und insofern die Ukraine also völlig andere Taktiken weiterhin benutzt, als, wie wir schon oft gesagt haben, Qualität statt Quantität, Zielgerichtetheit statt alles platt machen, als die russische Armee, um sich zu verteidigen.